I never know how much I love you. I never know how much I can. Meine Nachbarn spacken Dibble ab. Der Sohn hat Besuch und spackt mir den ab. Oh, la, 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 la. Oh, Seminar, hier ist wieder Nendofreak. Und ich spacke auch nicht gerade wenig ab. Auftrag 8, die Suche. Und meine Nachbarn brüllen so laut rum, das ist Wahnsinn! 3.500 Watt bei 12 Minuten. Sollte doch zu schaffen sein. Und wir sind immer noch in diesem Haus. In diesem... Oh, da war ein orasches LED. Das muss ich euch noch erklären. Oraschen LEDs können fliegen. Das war's auch schon. Wir nehmen jetzt ein LED-Radar. Zeigt LEDs in der Nähe auf dem Radar. Ist nicht sehr hilfreich, aber komm. 60 Sekunden dauert eine Minute. Wir gucken wie immer hier. Und da ist immer einer. Da ist immer einer. Die mögen einfach Bilder. Und ich kann... Ich sehe schon, ich kann nirgends wo rein. Und das sieht aus wie Bordtüren irgendwie. Das sieht für mich aus wie... Wie wenn du an Bord bist. Äh, kann ich mich denn... Da. Gut. Ganz viele LEDs. Wie gesagt, die orangenen Tür bleibt offen. Die orangenen können fliegen. Das finde ich... Ui, was war das denn? Hä? Der ist einfach weggegangen. Ja, orangenen LEDs können fliegen. Das war's auch schon. Die roten tun... Was zur Hölle? Warum verschwinden die einfach? Hat der sich irgendwie weggeglitscht? Was weiß ich denn? Wir suchen fleißig LEDs. Möp, möp, möp. Ja klar, ich kann so ein... Ja, was ist das? Ein Golfschläger? Ein Schirm? 500 Watt, bla bla. Einfach ein bisschen hin und herschieben. Ah, Flasche. Spray, was auch immer. Hüüüüü Okay, wir benutzen den Das Fax, ein Fax Es gibt noch Faxe Sie sind noch nicht ausgestorben Faxe, ist das das Plural von Fax Ich warte jetzt nicht auf dich, ich such weiter Mabidi Ah, ein Haus schlapp Ich sehe wieder nichts, weil die Sonne hier reinprallt Was heißt die Sonne? Die UV-Strahlung an sich Mabidi Bild Nichts schon Verschlossen, aber trotzdem wird sie mir als normal, als Dings angezeigt, als beweglich. Okay, wir müssen wirklich aufs Fax warten. Oh, gut. Wieso kommen die platt raus? Alter, die fliegen hier rum wie sonst was. Anyone else? Who want to die? Ich finde die Mission schwer, weil ich gerade echt kein, irgendwie nichts heben kann. Ja, geh auf. Geht nicht. Zu, zu, zu. Am öffnen. Hör. Komm. Hör. Okay. Aber nichts kann ich hier machen, oder was? 800 Watt. Nein. Hier muss doch irgendwas vom LED-Radar. Alter. Hier werden mir so viele LEDs angezeigt. Genau hier von meiner... Hä? Ist ein gelbe Punkt der LEDs? Ja. Kann man da nicht... Ist da eine Tür zum Öffnen? Ich kann das nicht erkennen. Wird mir leid, es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel, dunkel. Dun, 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 dun. Aha! Wieso verschwinden die immer? Liegt das am Radar? Nein, es liegt nicht am Radar. Komm her. Komm her. Äh. Das hat doch gerade gewackelt. Ich hab's sogar kaputt gemacht. Oh. Spiel. Du musst es doch... Jetzt hab ich's wieder geschlossen. Möp. Möp. B-D-D-D-D. Eine Brechstange. Eine Crowbar. So Half-Life-mäßig. Eine Crowbar. Okay. Ich find das... Ich find die Mission gar nicht in Ordnung, weil wir keinen Vorschritt haben. Oh. Das könnte einiges... Nein! Wär ich hier doch mal irgendwie früher. Jetzt kann irgendwann eine Tür geöffnet werden und... Und stehen alle Türen offen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kapiert? Türen geöffnet. Und wir haben Licht. Was ich gut... Äh, Licht? Ich... Ich mein, ich höre euch. Ich sehe euch nun nicht. Da, 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 da. Komm schon. Komm her. Wir sind durcheinander wühlen. Na? So, jetzt hab ich hier alles da hinten versteckt. Find ich ja prima. Halten wir uns! Ich... Bin ich jetzt im Schrank drin? Nein. Moment. Da konnte der... Da... Aha. Mir entgeht nichts. Tür kann geöffnet werden. Keinein da! Ich bin zu... Okay. Schon wieder in die Toilette? Die Elities waren grad weg und sind einfach erschienen. Ich hab gesehen, dass du dahinter gehst. Ich bin nicht dumm. Hallo? Ich bin nicht bescheuert. Ich bin nur verhaltenskreativ. Mach. Mach. Irgendwo kann schon wieder eine Türke... Ja, jetzt boomen sie uns zu, oder was? Oh, hier ist nichts mehr drin. Tempos. Komm mal her. Komm mal her. Alter. Kamiechen, würdest du... Möp. 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 Muss ich immer an Heavy denken. Möp. Ja, komm her. Komm her, komm her. Möp. Das heißt, wir haben die Tausendergrenze erreicht. Dieses Möp hat es uns symbolisiert. Aber ich musste gar nicht... Dass auch unter Items Elities sich verstecken können. Schalter. Kommt her. Kommt her, Herr Klein. Aus der Toilette gesprungen. Sehr hygienisch. Wir fangen etwas auf in ein elektrisches Gerät. Tun wir es rein. Wenn wir es aus der Toilette holen. Komm mal. Hier, wieder was im Öffnen. Jetzt muss ich mich sputen. Jetzt haben wir nur noch sechs Minuten. Für ungefähr nochmal dieselbe Wattzahl, die wir jetzt schon haben. Ich kann hier immer noch nichts... Oh. Wo habt ihr euch denn hingeglitscht? Hä? Wie? Wie was? Jetzt bin ich verwirrt. Haben die sich jetzt in den Raum da geglitten? Nein. Wie ihr gesehen habt, ist es geflogen. Hä? Ich habe das nicht ganz kapiert, aber es ist in Ordnung. Da ist eine Tür, die wir nicht verwenden können. Bitte, 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 bitte. Da sind immer noch welche, ich weiß es. Oh, ich stecke fest. Ich stecke immer fest. Geöffnet. Kommt ihr daher? Ist das die Toilette? Ist das das Closet? Äh. Nein! Kamera! Kamera! Oh, viele, 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 viele. Ich glaube, das ist das erste Mal... Ja, seht ihr hier die Anzeige? Das ist das erste Mal, Leute. Denn hier oben ist ein Panzer, der schießt, wie ihr sehen könnt. Ja, und das ist nicht toll. Das ist einer der meisten Gründe, warum ich Emissionen versage. Das heißt, hier drin in Bewegung bleiben. Denn diese Kanone schießt auf euch. Wer die da auch immer hingestellt hat, ich meine, ich habe sowas nicht daheim in meinem Keller, Kammerding. Auf jeden Fall, schön in Bewegung bleiben. Irgendwo kann da eine Tür geöffnet werden, das ist schön. Auf jeden Fall, ja, ich wiederhole mich nur oft genug, in Bewegung bleiben, das Ding schießt auf euch. Und dann geht nicht, dass ihr Schaden nehmen würdet. Nein, eure Gravity Gun nimmt Schaden. Und das ist schlecht, weil dadurch, dass sie Schaden nimmt, nimmt sie Schaden. Ja, schlau, gell? Ja, und dann geht sie kaputt. Und wenn alle Sterne da unten weg sind, tja, könnt ihr aufräumen. Das war's. Hat sie das gesehen? Ja! Ja, spring mir einfach entgegen. Wo bist du jetzt hin? Da. Es ist halt schwer, sich in so einem engen Raum zu bewegen, ne? Ist ja auch klar, ne? Komm, alles bewegen. Zerstören, 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 zerstören. Sind da doch tatsächlich Dinge... Alter. Da, 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 da. Kommst du... Du auch. Fönenergie! Das klingt immer so episch. Fönenergie. Wir kommen unserer Wartzahl näher, haben aber auch nur noch vier Minuten. Oh, hi. Hi, da, Fäle. Aua. Habt ihr gesehen? Wir haben Schaden genommen. Jetzt brauche ich das Ding nicht mehr, danke. Nein! Alles im Weg! Wir können noch eine Tür öffnen, kann das sein? Ich wende gerade... Geh zu! Geh auf! Nein, du gehst zu, du gehst auf. Ah! Ich hab dich trotzdem noch erwischt. Ja, das Ding selber können wir irgendwann mal nehmen, wenn wir genug Energie haben. Ich würde gerne die Schubladen öffnen, da sind LEDs drin. Ich hab keinen Bock mehr hier drin, weißt du. Ich steh jetzt. Nein, die geht nach innen auf, hab ich recht. Oh nein. Oh nein. Nein, raus hier! Angst. Da glitscht sich irgendein Sound. Hier war's Klo, oder? Wir meinten das nicht. Geh auf! Geh auf! Fax, geh weg! Und Tür, geh... Auf! Was soll dieses Geräusch? Leute! Kommt her! So gefällt mir das. Okay, reicht schon. Fönenergie! Yeah, so gehört sich das. So gehört sich das, Leute. Oh, da ist mir einer entgegen geflogen. Das hab ich gesehen. Yeah! So gehört sich das, so MG-mäßig. So blablabla. Wer hat einen Apfel in seinem Bad? Oh. Ähm, anmachen, anmachen. Aber wir müssen dreckige Wäsche einfügen. Ja, die Mission ist... Äh, diese Mission. Äh, das ist nicht so einfach, der dreckige Wäsche hineinzufügen. Komm, wir brauchen nicht mehr viel. Jetzt nicht versagen, ne? Wegen der Zeit und so. Mäh, mäh! Okay, wir können. Ich versuch's einfach. Na, bleibst du offen. So fangen wir ja mich an. Nein! Nein! Ich will die Wäsche nehmen. Ach, scheiß drauf. Ich häng fest! Wieso? Hallo! Und hier ist es schrecklich, weil hier sind gleich zwei solche Panzer-Dings, siehst die, auf dich schießen. Da. Mehr als zwei. Wow. Stell dich direkt da vorne hin, du hast doch recht. Mach an! Mach an! Du sollst anmachen! Ah, ich hab keinen Bock. Schutzschirm macht für kurze Zeit unbesiegbar. Äh, ja. Ich hab's kapiert. Benutzen wir mal direkt. Dann können wir dich nämlich hier in aller Ruhe... Ja! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wieso gelbe LEDs? Ich brauch andere. Jetzt lassen wir das Ding gechillt auf uns zukommen und... Gepämm! Nützt nicht! Wir können das Ding immer noch nicht bewegen und... Oh Gott! Noch ein paar Watt. Wir brauchen nicht mehr viel. Ja, was heißt nicht mehr viel? Also viel ist relativ. Wir brauchen noch ein paar hundert. Ich kann doch hier bestimmt auch... Ah! Komm, 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 komm! Gepämm! Alter! Die Weferbedienung! Wir haben nicht mehr viel Zeit. Könnten wir? Ja, das müsste uns dann die Watt bringen, die wir brauchen. Auch Tim. Was für eine Energie? Panzerenergie? Ja, einfach zerstören. Nein! Wir brauchen nur noch ein paar Watt. Ein paar. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Gott sei Dank! Noch 42 Sekunden haben wir! Natürlich machen wir weiter. Äh, ich würde euch ja zeigen, wie das aussieht, wenn man Game Over geht, weil man überwiegend... äh, weil man stirbt, äh, weil man stirbt durch dieses Peng. Aber das lasse ich dann, das werdet ihr noch sehen, keine Angst. Keine Angst. Ich hab da... Oh Gott, kommt der, kommt der, kommt der, kommt der, kommt der. Komm her. Komm, 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 komm. Ja, wir haben diesen kleinen Panzer hier, der uns tatsächlich angreift. Wow! Mach langsam, komm. Gib kaputt! Komm her, kleiner. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Ja, ich hab die Tür noch geöffnet. Und sie geht auch schon wieder zu. Weil das eine Auf-Tür-Zuge-Tür ist. Das war sinnlos. Naja. Wir sehen... Und nein, wir gucken uns die Ergebnisse an. Jetzt die Ergebnisse. Wir haben von 12 Minuten, 11 Minuten und 17 Sekunden gebraucht. Haben aber auch 349 Watt mehr erreicht, die wir sollten. Ähm. Finde ich gut. Status, Bonus. Ah, okay, es gibt also Bonus. Beständigkeit 80%. Ja, wir haben... Das sind... Ein Fünftel der Energie ist fort. Das sind 20%. 20 minus 100. Sind... Nein, 100 minus 20 sind 80. Bäm. Das war's dann auch von Mission 8. Badezimmer Spaß, den Sie. Wir sehen uns in der nächsten Part. Tschöne!